Ich habe alles dafür gemacht und ich mache alles dafür und ich lasse mein Herz für Hansa auf dem Platz, weil ich will nicht absteigen und ich glaube, unsere Jungs wollen auch nicht absteigen und Hansa Rostock gehört in die zweite Liga und ich werde alles dafür tun, dass der Verein auch da bleibt.